Mein Name ist Dirk Weisel. Ich bin Inhaber der CreaMetall GmbH in Deutschland. Wir verkaufen seit 24, 25 Jahren die Produkte der Schweizerischen CreaMetall AG. Das aktuelle Produkt, das neueste Produkt ist hier diese Richtmaschine CreaWheel. Es ist eine kompakte, mobile Maschine zum Richten von Flachstahl. Unser Schweizer Partner wollte einfach diese mühsame Handarbeit, Stäbe richten, ob jetzt mit dem Hammer oder mit dem Richtrad oder mit sonstigen Vorrichtungen, vereinfachen und hat diese Maschine entwickelt. Der Clou ist, es ist ein Walzwerk mit einer Zentraleinstellung, dass ich mit einem Handrad die Materialhöhe einstellen kann und alle Walzen gleichmäßig verstelle in der Maschine. Also man hat keine Einrichtarbeit von mehreren Minuten oder gar Stunden, sondern es geht sehr schnell. Es ist sehr anwenderfreundlich, die Maschine einzustellen.